Ein wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen. Egal wann du dieses Video gerade schaust, willkommen bei uns zurück auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben einen neuen Brecher bei uns hier in der Datasette. Es ist die Demo von From Day to Day. Sieht auf jeden Fall grafisch schon mal sehr, sehr geil aus und die wird wahrscheinlich auch echt übel werden. Und deshalb bin ich sehr froh, jetzt hier nicht da draußen alleine komplett in der Pampa zu stehen, sondern bei mir ist der unbeschreibliche, der sagenumwobene, der im Baumarkt Hausverbot habende Benni. Hallöchen zusammen. So, also grafisch muss ich ja schon mal sagen, irgendwie machen die von Emika Games Quantensprünge pro Projekt, muss ich mal sagen. Also, wenn ich mir wirklich LockedUp am Anfang noch angeguckt habe irgendwie und mir das jetzt schon ansehe, also das ist schon, das ist schon geil aus. So, hier vorne hat irgendwas geblinkt. What is it? What is it? Eine kleine Taschenlappe. A flashlight. I just arrived. I think I need it. Ja, okay, take it. F. Aha. Oh, was ist das? Ein Zettel. Left mouse interact, right house. Right house. Alternativ interagten, okay. Up an item. Open door with key, okay. Run und crouchen. Okay, alles klar. Also, wir werden auf jeden Fall dann noch ein Feuerzeug finden, weil wenn V der Leiter ist, mal dann, groß Mahlzeit. Die Frage ist jetzt halt natürlich, wie, wir sind jetzt hier auf einer Art Farm oder so? Ja. Das sieht aus wie eine Farm, aber hier haben wir ja so einen Speicher. Oh, okay. Not available in der Demo-Version. Okay, alles klar. Kommen wir noch nicht hin. Kommen wir noch nicht hin. Dann vielleicht gucken wir uns hier mal den Schuber an hier. Hören wir mal, das abgebrannte Ding hier. Ist hier ein Hund? Ja. Ist der ein Doc? Die Hunden, die Hunden. Oh, guck mal hier. Oh, oh, oh. Hämme, hämme. A crowbar. Nice. Das ist alles, das ist alles Feines. Oh, doch hier. Oh. Personal History. A doctor of the city psychiatric hospital was dismissed by the actions against the patients. Ja, okay, alles klar. Der Doktor hier, der hiesigen psychiatrischen Anstalt, ja, wurde quasi gefeuert, weil er illegale Sachen mit seinen Patienten machte. Ganz schau. Ganz schau. Warum machen solche, also, ich verstehe das immer nicht, dass solche Doktoren immer so Blödsinn machen mit irgendwelchen Patienten, also. Götterkomplex, ne? Oh Gott, jetzt stimmt mit den Leuten nicht. Oh, warte mal hier vorne. Warte mal. Ah, ist das, ist das, nee. Benzin, Leiderflüge. Oh, heißt ja auch, dass das Feuerzeug, wenn wir immer eins finden, natürlich dann auch wieder leer geht. Toll. Oh, Mann, ey. Wieso? Was machen wir hier denn sonst damit? Ja, ich bin Karton. Karton, Karton. Oh, warte mal hier, kannst du noch was machen? Kannst du noch was öffnen? Ah, ein Key. Guck mal. Ah, na, sag mal, was sind hier? Da haben wir. Previously, such key were used for Javeli boxes. Okay, cool. Guck mal. Nää. Ö. Wer ist er denn? Näää. Näää. Ää. Wer ist der Dicke da? Ah, er sieht aber. Seht ihr uns? Müssen wir jetzt von ihm weg? Ich weiß nicht, ich geh doch mal hin und frag ihn mal, wie es ihm so geht, wenn er noch da wäre. He's gone. Ää, okay. Okay. Crowbar, vielleicht können wir ja mit der Crowbar irgendwas machen, dass wir da irgendwie was aufstemmen können oder abmachen können, hier so brettermäßig. Das wäre jetzt meine Hoffnung eigentlich gewesen oder die, 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 die Überlege, dass man jetzt, sag mal, hier ein paar, paar Bretter wegkloppt. Oh, 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 hör mal, hör mal. Jawoll. Oh, okay. Und, was ist das denn? Ein Feuerzeug. Oh, ein Leider. Ein old Leider. It might come in handy. Da unten leuchtet noch was. Ah, die Hausschlüssel. Cool. Schön. Ah, war, 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 äh, war, war wie, wo, wo? Okay. Iiiih, hast du da grad auf dem Boden gesehen, die Ratten? Iiiih. Oh, toll. Ist nicht schön. Auf geht's. Ab ins Haus. find a room where I can't put things okay wie put things oh god der sound auch gleich wieder gleich ganz anders oh echt oh content not available on this version achso nee warte mal ich muss was ist denn das hier kann ich was rausziehen ja das ist nochmal ein schlüssel oh oder pick lock was ist denn das für eine melodie die da läuft so hast du das gerade mit dem pfuh nee hier hat er gerade die kerzen ausgeblasen oh gott ah guck mal ein seil da müssen wir bestimmt irgendwie können wir das abbrennen ne vielleicht eher hier mit dem dings durchneiden oder ne doch abbrennen ah schau mal cool so old fox benny so old fox ja 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 dann kann ich feuer und so oh guck mal hier können wir noch das ist erstmal keine schlechte sache zu sagen weil zwar mal schnell weg müssen ne das ist richtig das ist nicht verkehrt da können wir mal den riesel beiseite packen so oh ist das eine gammelbuze alter bitte ganz kurz to open lock ganz kurz einen ticken lauter machen das ist mir ein bisschen zu lazy hier ich wisse ich werde es bereuen aber er sagt er wir müssen wir müssen noch ein teil für unseren lockpick finden für die tür da hinten ok dann könnten wir die tür öffnen ähm 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 was war das ich weiss nicht ist irgendeine tür ist zugegangen ist ja wunderbar da dafür ist ja kleine schlüsse gewiesen ja ok cool ok cool cool wo sei mali aber man kann es doch nicht angucken ne irgendwie also kann es nicht öffnen ja des mist oh am heizkörper ketten oh nee mach 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 nicht so weiter ey die geräusch na oh schön todiert oh da ist noch ein schlüssel da ist noch ein schlüssel? ja hier unter dem bild guck mal da dass er umgefallen ist oder hinter dem brett oder was why was it hin und roll key dat war ein roll key er läuft doch irgendwer lang oder nicht oder doch kann ich hier die kerze mir anmachen? das wär ja geil das wär cool weil machen wir das fahrzeug nicht zu lange an nicht dass wir das nachher noch brauchen oder so und wir können es nicht refuel ok ok aber vielleicht können wir jetzt ja die tür öffnen na komm mal naja komm hier alter junge aus der diebesgilde hier hör mal ja die regeln wird mir ok wir müssen die bockse mit Dingen, die sind auf der Straße ok oh god oh ja imica games also diese diese manneken zwar diese scheiß schaufensterpumpen damit haben sie doch wirklich ey also mich kriegen die immer relativ gut weil ich glaube du bist da ein bisschen unempfindlich es geht also es geht es geht ah ok die bockse also wir sollen bockse von der street drin bringen um was jetzt zu tun ey ok die pack da einfach so hin aha oh dieses dieses knarzen das haben ja so alte häuser so eh immer an sich ne dieses, dass sich da das holz so ein bisschen bewegt die dielen und so oh so ein bisschen ja alte häuser knarzen halt ne alte häuser leben halt wie sie so schon heißt wie sie so schon heißt das also du merkst halt auch wenn halt so ein haus zu alt ist irgendwie du bist wenn du da drin bist du spürst das förmlich das ist man kann es nicht anders beschreiben du kommst drin und du merkst halt manche häuser haben sich halt selbst überlebt doch wirklich das ist du musst die dritte die sind in der hall und die dritte hängen die dritte sind wir sind hier bald ok also wir sollen die türen zu machen und die riegel vorpacken warum das denn warum sind denn jetzt die türen auf einmal alle zu und die dritte sind in der hall ok ja jetzt sind wir zu hause oder wie ok i'm going back to my room and get to get ready na bitte für was denn also für was haben wir uns denn ready öh machen öh ok öh die anderen sind weg ja oh toll oh 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 wo sind du wo ist denn jetzt a few days later wie ich kenne jetzt hier ein paar tage in diesem scheiß ding ab in diesem fixer-hause hallo ich bin ich hatte gerade stillstand öh ja ist nichts passiert außer dass ein paar tage später jetzt Alter, was ist denn los hier? Es ist Nacht. Oh Gott. Oh, Alter. Äh, ja. Ja, schön. Ganz, ganz, schau. Was fandet? Äh. Äh. Oh Gott. Wer klopft hier? Okay, okay. Da ist ein Zettel, ach nee, das ist irgendwie kein Zettel. Entschuldigung, das war ein Lichtschalter. Oh, was? Sie mag jetzt irgendwie Kinder zu fressen? Was ist denn mit der los? Oh, 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 oh Gott. Oh, 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 hör auf. Was soll ich denn machen? Zu genagelt oder was? Ach man, nee. Okay, wir gehen da nochmal nochmal da, die andere Tür? Können wir da jetzt raus? Kannst du... Oh, warte, 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 warte. Oh, die ist so ein cooles, Alter. Die fängt mich so hart. Es ist nicht möglich in dieser Version. Oh, wer bist du denn? Mach doch nicht sowas. Das gehen wir doch auch noch aus. Find yourself. Oh, ist das mies. Ist das mies. Ist das mies. Mama, Alter. Mama, Alter. Mach doch nicht seine Dinger. Ah, okay. Also, ich bleib dabei. Emika hat's halt einfach drauf. Emika hat's einfach drauf. Jo. Da geb ich dir 100% Recht. So, ich möchte jetzt nicht mehr dieses Spiel spielen. Hallo. Ey, da passiert so viel auf einmal hintereinander. Das ist ja was ist denn hier los. Oh Gott. Häng auf. Wer, wer, wer bist du? Wer, wer steht denn da vorm Fenster? Oh, meine Kinds. Meine Kinds. Haben wir... Warte, ist das Feuerzeug? Oh Gott, ist das hell. Scheiße. Können wir noch die Box da öffnen, wo, wo Emilys Tagebuch drinne war? Ja... Wir sind... Oh Gott. Können wir uns im Spang verstecken? Ja, was sollen wir denn hier? Ist das hier ne Zeitung? Ja, nee. Können wir hier irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Die Tür ist weg. Cool. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Na toll. Ja. Okay, Alter. Von Tag zu Tag. Oh, ho, 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 ho. Oh. 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 Thank you for playing. Ja, ich sage Chapeau. Chapeau. Die Demo hat mich abgeholt. Ich werde auf jeden Fall gucken, irgendwie dieses Spiel auf dem Schirm zu behalten. Also wir sind gespannt wie ein Filzerbogen auf dieses volle Spiel nachher. Und ja, kann ich nur sagen, wir sehen uns bei den nächsten Projekten, Lieben. Ciao. Tschüss.